Stefan, wie geht's dir? Na gut, hab richtig schmerzen, da ist weh. Freust du dich aufs Essen? Nee, ich hab keinen Hunger. Aber es gibt was, dann schon. Ja, schon. Der Whisky-Pull am Start. Die Oma am Start, jetzt wird gekocht, hätte ich gesagt. Der Franklin Place ist nicht mit von der Partie, der ist zu Hause. So, was gibt's noch Cheese? Da gibt's schlesische Kost. Rosinen-Sauce mit Salzkatapfel und Wiener. Das ist die Bayre, was hat da noch einer von uns? Die Salzkatapfel, was jetzt reinkommt. Da sind die Rosinen, die kommen wir zum Schluss rein. Die hast du gekocht heute? Ja, die hast du auch gekocht. So, mit einer Butter. Jetzt machen wir eine helle Einbrille. Schön. Für Mehlschwitze. Schön. Schön. Vielleicht kommt der Zucker rein? Ich werde diesebage rein. Das hat das Inselvermus. Schön. Nein? Ich danke. Wirklich? 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 So, jetzt kommt alles nicht was neinkriegt. Raffiniert. Ein paar Nelgen. Ein paar Nelgen. Ein paar Nelgen. Ein paar Nelgen. Wow. Zemt. Die können wir ganz nicht tun. Ein paar Nelgen. Ein paar Nelgen. Zwei, drei, eins. Und Stefan, freust du dich schon? Skigerlechel. Oh, das sieht ja schön aus. Woher kennst du das Gericht her, Oma? Ja. Das gab's nur noch früher. Aber das hat mein Großmund raus schon gemacht. Das war ein Armeleideser. Jetzt ist ja der Dekatessenbruch. Verrückt. Das war ein Armeleideser früher. Da hat der Sieser-Soß gehabt und ein Eberbrei. Wow. Und schon schlicks. Da muss mein Vater kommen und der hat das dann verfeindet mit Nieder und Salzkartoffel. So haben sie das ein Schleschen gegessen. Jetzt müssen wir warten, bis der Sieser-Soßlebkuchen sich auflöst, oder? Der muss jetzt verkochen. Schön. Der muss jetzt verkochen. Und den braucht es über den Zinn. Die müssen da aromatisieren. Jetzt kommt noch Marmelade rein. So wie schon. Raffiniert. Was ist das für eine? Wetter im Garten. Himbeer, Erdbeer. Und die ist auch von dir? Alles im Garten. Wow. Ich muss die machen, weil ich muss ja meine Rosinen nehmen. Das ist ja auch ein Saft. So, die muss jetzt verkochen. Alles gut. Warten wir mal. So, nicht so, wenn die Karton hinschält, oder? Ja. Alles gut. Dann warten wir mal. Ojo, der lässt sich aber schön auf. So, nicht so, wenn die Karton hinschält, oder? Super. Wunderschön. Jetzt kochen wir jetzt noch mal auf. Und dann seien wir es selbst. Schön. Wir kochen die Kameraden und die Burschis. Ja. Die ich geschält habe. Die kochen. Das wird ein raffiniertes Essen. Was sagen Sie dazu? Sie vor allem. Sehr gut, sehr gut. Geil. Sehr gut. Jetzt sind wir zu. Ich werde nicht fertig. Uierle. Rosina. Und die süße Sauce. Das muss ich noch einmal Wiener nachstellen. So. Faschingsdienstag, da gibt es ein Faschingsessen. Das ist jetzt alles dann. Ein Haufen Gewürzheit, ne? Raffiniert, da bin ich gespannt. Ne, den könntest du ja mal probieren. Geil. Ich hole schon mal einen Löffel. Alles klar, halten wir mal einen. Geil. Komm, tun wir mal einen Löffel rein. So. Gut. Geil. Geil? Super. Ui. Was passiert jetzt? Das ist alles ein bisschen. Das Quatsch muss ja raus. Zimtstangen, Leigen, Blobe. Was noch ist denn das? Oh. Das ist mir gleich gut. So ist es. Die schmeckt raffiniert. Oh, so. Super. Schön, Alter. Finde ich auch. Und das Schöne ist, die Sauce ist ein wenig dicker. Die haften dann schon auf den Wienerle. Die ganze Lebkuchen rein. Ja. Die sind gar nicht mehr so teuer. Die kosten 55 Cent. Die sind nicht teuer. So ist der Kuchen. Vielleicht weiß ich gar nicht, was das ist. So ist der Lektor schon ziemlich dick. Jetzt kommen wir noch die Beeren rein. Und dann tun ich es noch ein bisschen ab. Oh. Jetzt kommen die Rosinen. Dann kommen die Sonnen rein. Alles neu. Alles neu. Das ist eine Mietzaft. Ist alles drin? Wie? Okay. Was weiß ich noch denn? Eine kleine. Wollen wir noch. Ja, noch ein bisschen ab in die. Wow. Jetzt ist es gut. Jetzt musst du es suchen. Super. Jetzt ist die Dikardesse. Das ist alles neu. Das ist eine Rosinenzaft jetzt auch drin. Wow. Da bin ich noch immer gespannt, wie es dann schmeckt. Also dann warten wir mal. Erste Gang. Uiuiui. Schmack auf die Wienerle. Erste Gang. Hier riechen wir es hier, Kollege. Einmal Schlesisch. Uiuiui. Uiuiui. Senfsoße. Das ist eine raffinierende Soße. Einmal Salzgrüttel. Uiuiui. So, jetzt könnt ihr auch greifen. Also Bon Appetit, Kollege.